Würzburg Radio, die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach. Herzlich willkommen bei Würzburg Radio bei einer neuen Ausgabe der Sternenbotschaft. Ich habe heute wieder einen Studiogast bei mir, den Timo Wagenbach. Timo, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, einen schönen guten Tag, hallo. Und worum geht's heute? Heute schauen wir uns an, wer passt zu wem, zu den Sternzeichen her. Das wollte ich ja schon immer wissen. Ja, also wir machen so lange die Sendung. Habe ich den falschen oder den richtigen? Das erfahren wir heute. Okay. Wir gucken uns die Sternzeichen an. Das sind natürlich alles nur Empfehlungen. Es kommt immer aufs persönliche Horoskop an. Das weißt du genauso gut wie ich jetzt. Aber natürlich auch grundsätzlich, natürlich können sich Sternzeichen eher positiv zueinander stehen und manche, die sich extrem anziehen. Und die schauen wir uns heute in den nächsten paar Minuten an. Beginnen wir mit dem Widder. Wer passt denn zum Widder? Zu dem Stierkämpfer? Ach nee, ist ja nicht der Stierkämpfer, ist ja der Widderkämpfer. Ist ja der Widderkämpfer, genau. Aber Kraft hat er auch. Kraft hat er, deswegen passen Widder gut zu Widder. Löwe und Schütze geborene. Und zwar sind ja Widder, haben wir eine starke Persönlichkeit. Ja, also Leidenschaft und Freiheit ist ja ihr Motto. Sie bekommen, dass sie haben keine Lust auf Langeweiler, Couch-Potatoes, die nur zu Hause rumsitzen. Also die brauchen aktive Sternzeichen. Und das sind diese drei Sternzeichen. Übrigens auch alle drei Feuerzeichen. Deswegen Feuer in unserem Hintern quasi. Also liebe Widder, ihr braucht Feuer. Und wie ist es mit dem Stier? Der Stier will doch gerne erobert werden, oder? Der Stier möchte erobert werden. Und der Stier ist so ein gemütlicher Mensch. Er liebt den Genuss. Er liebt das Gemütliche. Das Essen liebt das Stier übrigens sehr, sehr gerne. Deswegen passen sie sehr gut. Krebs, Steinbock, Jungfrauen und auch Stiere zueinander. Es gibt nichts Schöneres, als wenn zwei Stiere miteinander essen. Das sind nämlich die langen Abendessen, die über vier Stunden gehen. Weißt du, die so, die sich um acht sind und ins Restaurant sitzen und die letzten sind, die rausgehen. Und ein Stier möchte ja erobert werden. Und da muss auch der passende Partner ein bisschen Geduld mitbringen. Weil Stiere, naja, entscheiden sich nicht so schnell. Und deswegen passen diese genannten Sternzeichen sehr gut zueinander. Liebe Stiere, wenn ihr jemanden trefft, mit dem ihr wunderbar essen gehen könnt, dann ist es der Richtige. Die Zwillinge lieben die Freiheit. Und finden sie trotzdem einen richtigen Partner? Ja, natürlich findet auch immer der Zwillinge einen richtigen Partner. Aber die sind auch gerne freiheitsliebend oder offen. Die brauchen nicht so diese enge Partnerschaft. Also Kontrolle etc. sind bei den Zwillingen gar nicht gern gesehen. Auch der passende Partner braucht einen langen Atem, bis der Zwillinge sagt, okay, wir sind jetzt offiziell einer Partnerschaft. Also die halten sich immer mal gerne die Hintertürchen offen. Und deswegen passt für den Zwillingen am besten Wassermann wieder Zwillinge und Wagen. Wenn ihr einen Zwilling angelt wollt, dann braucht ihr Geduld. Wir sind bei den Krebsen angelangt, die Romantiker. Wer sich nicht in einen Krebs verliebt, selber schuld? Ja, weil die Krebsen sind die absoluten Familienmenschen. Ja, die behüten die Familie. Also sie brauchen auch jemanden... Das ist ja auch schön, oder? Das ist schön, ja. Das sind auch diese gefühlvollen Beziehungen dann auch, die mit viel Liebe da... Ich liebe auch Familie, du auch? Ja, natürlich. Ich bin aber kein Krebs. Ja, aber vielleicht hast du Krebsanteil in deinem Horoskop. Wir haben ja gesagt am Anfang, es ist immer das Sternzeichen. Jeder kann auch sehr ausgeprägte Sternzeichen im persönlichen Horoskop haben. Zum Beispiel kann es sein, dass du viele Sternzeichen im Krebs hast. Das nur nebenbei. Aber die Krebse, die sind einfach ein Familienmensch und die sind auch sehr emotional. Deswegen passen sehr gut Skorpione, Fische, Jungfrau. Man glaubt es kaum, aber Jungfrau hat sehr viel Verständnis. Stier, Löwe und natürlich auch Krebs zu Krebs. Liebe Krebse, für euch gibt es ganz viele Partner. Ihr seid ja auch toll, ihr Familienmenschen. Jetzt kommen wir zum tollen Löwen. Der hat ja eine enorme Anziehungskraft. Findet er trotzdem seinen Partner? Ja, natürlich, weil der Löwe brüllt ja alles heraus. Nur einen oder viele? Ach, Löwe ist einer des Sternzeichen, die schon viele Partner oder Partnerinnen haben. Also der ist nicht treu? Nein, 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 nein. Viele Partnerinnen, viele Partner kann ja sein, dass du das alles schön immer nacheinander... Das sind alles Freunde. Ja, offiziell. Ja, wenn man es Freunde... Genau. Der Löwe ist... Wenn ein Löwe auftritt, der brüllt ja. Der Löwe will im Showgeschäft groß dastehen, der möchte im Mittelpunkt stehen, der steht für Erfolg. Und der Partner sollte ebenfalls so stark sein und nicht so gefühlst du dich wie zu einem Krebs beispielsweise. Das wird für den Löwen gar nicht passen. Ja, so ein Familienmensch, jemand, der im Mittelpunkt steht, das passt nicht. Aber was zum Löwen sehr gut passt, sind Schütze, Waage und Zwillinge. Okay. Liebe Löwen, sucht euch einen Zwilling. Ihr braucht einen starken Partner und die Zwillinge sind es garantiert. Vor lauter Sparsamkeit denken da die Jungfrauen auch manchmal an eine Partnerschaft. Dein Partner kann ja auch teuer werden, ne? Ein Partner kann teuer werden und die Jungfrauen denken schon ein bisschen an Partnerschaft. So ein kleines bisschen. Ehrlich? Auch die Jungfrauen denken erstmal an Arbeiten und an, es muss alles aufgeräumt sein. Und dann kommt da Partnerschaft. Durch Zufall, ne? Ja, vielleicht lernt man den Partner ja auf der Arbeit kennen. Das sind so die meisten Begegnungen, die die Jungfrauen quasi hat. Also die suchen nicht ganz bewusst, ne? Die gehen nicht tanzen und Geld ausgeben und so, ne? Also es klingt jetzt fast, als ob Jungfrauen total Langeweiler werden, aber Jungfrauen haben eben ein strikten Durchsetzungsvermögen und auch so ein, die haben... So einen Weg. Genau, einen Weg, einen Plan, die wissen genau, was sie wollen. Das haben andere, zum Beispiel der Fisch hat das überhaupt nicht, aber die Jungfrauen wissen genau, was sie wollen. Sie haben Durchsetzungsvermögen, wie gesagt, das Spaß haben. Die flattern nicht und heiraten nur einmal. So auf die Art, genau. Und deswegen passt es am besten zur Jungfrau Krebs wegen dem Familiensinn. Steinbock, der ist ja auch sehr geradlinig und weiß, was er will. Stier, der ein bisschen die Gewürgigkeit reinbringt. Und der Skorpion, der auch die Leidenschaft mit der Jungfrau so ein bisschen teilen kann und übertragen kann. Also liebe Jungfrauen, auch auf euch wartet ein Schätzchen. Die Waage ist dran und die hat große Ansprüche. Wer kann sie erfüllen? Ja, und die Waage ist diejenige, nicht wie der Löwe, der nicht unbedingt treu ist. Waage haben die vielen Partner. Waage sind die schönen Menschen, Waage haben die Ausstrahlung, Waage. Menschen haben diese Anziehungskraft auf andere, die sie gar nicht, naja, wie sagt man denn? Ach, die kommen in den Raum und der Raum strahlt? Ja, so auf die Art und Weise. Ja, Waage ist ja das Partnerzeichen schlechthin von den ganzen Sternenzeichen. Wenn man in der Astrologie tiefer jetzt mal eingeht, kleiner Exkurs, Partner ist das, also die Waage sind das Partnerzeichen im Horoskop. Ist das siebte Haus, siebte Haus, Partnerhaus, Waagehaus. Das ist die Beziehung. Ich habe immer gedacht, das sind die Zwillinge, die sind ja schon doppelt als Paar. Ja, aber Wagen sind, die ist die Partnerschaft. Also die finden auch viele Partner und winken die um die kleinen Finger drumherum. Die sind auch sehr harmoniebedürftig. Und wenn man der Partner von der Waage ist, muss man auch sehr viel Konkurrenz aushalten können. Das können am besten die Wassermänner, da ist ja eh, sich alles offen halten. Die Wagen selbst, Schönheit trifft Schönheit, klar. Der Löwe, der sowieso sagt, ich bin eh der Beste. Und der Schütze, der einfach ganz viel Liebe in sich trägt. Liebe schöne Wagen, irgendwann trifft auch euch der Pfeil. Manchmal später, vielleicht erst im Alter. Er ist sehr, sehr nachdenklich, unser Skorpion. Oh ja. Ist er langweilig? Nee, aber eifersüchtig. Wenn Skorpione eifersüchtig sind. Das ist ja auch nicht toll für eine Beziehung, oder? Also ich sage Ihnen mal, eine gewisse Portion gehört dazu. Eifersucht ist das, was man mit Eifer sucht. Das hast du aber schön gelesen irgendwo. Ja, das ist schon lange her. Aber beim Skorpion ist es wirklich so, Eifersucht gehört ein bisschen in die Beziehung. Klar, weil wenn dir der Partner total langweilig ist. Oder wenn er dir egal ist. Was ist da für eine Anziehung? Dann kannst du jeden quasi haben. Dann hast du auch keinen Ehrgeiz mehr, gut zu sein. Genau, weil da ist es ja eh wurscht. Und den Partner zu bezaubern, genau. Aber der Skorpion, wenn der eifersüchtig ist. Und er ist ja der geborene Detektiv, auch in Beziehungen. Der kriegt alles raus. Also wenn du einen Skorpion als Partner hast. Den am besten wirklich nie betrügen. Der bekommt es auf jeden Fall raus. Ob du es willst oder nicht. Deswegen passt zum Skorpion natürlich alle emotionalen Zeichen. Weil da haben sie eine Ebene. Skorpion ist ja auch ein Wasserzeichen, ein emotionales Zeichen. Deswegen passen zu Skorpion auch sehr gut Skorpion. Die Krebslein und die Fische. Liebe Skorpione, ihr braucht was Treues. Mit dem Schützen kann man Pferde stehlen. Und wie sieht der Cowboy oder das Cowgirl der Schützen aus? Ja, der Schütze, der steht auf ehrliche Menschen. Ehrliche Partner. Schütze ist die Ehrlichkeit sehr wichtig. Was er überhaupt nicht mag, sind Machos. Also wenn zum Beispiel jetzt eine Schütze Frau, Macho Mann geht gar nicht. Gibt es auch umgekehrt. Gibt es selten, aber geht es auch umgekehrt. Deswegen schützen sie eine frohe Natur. Die lieben die Liebe. Die haben viel Liebe in sich. Ja, das liegt auch am Horoskop vom Schützen. Die sind, wie gesagt, sehr gut drauf. Deswegen passt zum Schützen sehr gut der Widder, weil er viel Energie hat. Die Waage wegen der Schönheit und wegen der Liebe. Und der Löwe, weil er auch mal auf den Tisch hauen kann. Liebe Schützen, ihr lebt die Liebe, ihr lebt das Leben, ihr lebt die Schönheit. Ist doch toll. Ihr findet auch den Richtigen. Der Steinbock. Er gilt manchmal als unnahbar, aber ist es nicht wirklich, ne? Ne, ist er nicht. Aber Steinbocks sind einer der wenigen Stellenzeichen, es gibt ja nur zwölf, die sehr oft Distanz gehen. Also so ähnlich wie Jungfrau und Steinbocker haben viel gemeinsam. Passen die auch zusammen? Die passen auch zusammen, haben aber viel gemeinsam. Aber haben so diese Einstellung Arbeit, Arbeit, Arbeit. Jungfrauen sind aber eher diejenigen, die Arbeitnehmer sind. Und Steinbocker sind eher, die karrierebedacht sind. Das ist der kleine, feine Unterschied. Genau, der Chefs. Und immer wieder beim Aufsteigen. Und da wirken sie, wie wirkt denn ein Chef auf dich? Er wirkt doch immer Distanz. Und distanziert, ja. Und viele können es im Privatleben einfach nicht ablegen. Viele sind im Privatleben eben auch so, haben zwar kein Jackett an, beispielsweise die Männer, aber die sind immer noch so ein bisschen distanzierter, in der Therapie, aber sie sind auch ein bisschen schüchtern, kann man auch sagen, weil sie eben die Nähe nicht so kennen. Deswegen passt zum Steinbock natürlich sehr gut. Steinbock, die kennen sich am besten aus. Ein Skorpion, damit sie auch mal ein bisschen Leidenschaft da drin haben. Die Jungfrau, logisch. Es gibt viele Beziehungen, wo Chef mit Angestellten, als Beispiel jetzt. Stier für die Gemütlichkeit und die Fische, die das Emotionale so ein bisschen aus dem Steinbock rauskitzeln. Liebe Steinböcke, ihr sagt nicht gleich beim ersten besten Ja, aber wenn, dann seid ihr richtig romantisch. Der Wassermann lebt nicht im Wasser. Ja. Er ist lebenslustig. Er ist lebenslustig und er ist ein Luftzeichen. Er geht auch nicht ins Wasser, ne? Doch, manchmal zum Baden. Doch, das schon, ja. Aber er ist auch kein Wasserzeichen. Viele denken immer übrigens, Wassermann ist ein Wasserzeichen. Nee, 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 ist ein Luftzeichen. Wassermann sind auch flatterhaft wie die Zwillinge. Also so wie die Zwillinge. Zwillinge, Jungfrau, Wassermann sind... Ich bin nicht flatterhaft. Ja. Wer mich hat, der hat mich schon. Ja, aber Wassermänner sind auch so ein bisschen wie Zwillinge. Die brauchen ihre Freiheiten. Und Wassermänner oder Wasserfrauen, wie ich auch gerne sage, die haben auch immer gerne mal was Neues. Also mit der Treue ist bei denen so ein bisschen, muss man echt aufpassen. Die kommt auch später. Ja, die kommt später. Genau, das lernt man erst noch. Deswegen passt am besten zum Wassermann Waage, damit sie die Liebe kennenlernen. Der Zwillinge, logisch, beide, die flatterhaft sind, die lieben sich einfach und nehmen es aber nicht so ernst. Der Schütze, natürlich auch ein Wassermann und der Fisch, weil der Fisch auch die Emotionalität ein bisschen dem Wassermann zurückgibt. Ihr lieben Wassermänner, flattert ruhig noch ein bisschen durchs Leben. Irgendwann trifft euch die große Liebe. Die Fische. Die Fische sind unsicher und die sind schüchtern. Ja, ist das? Ja. Da findet man doch nie jemanden. Das Schlimme ist, man sieht es immer so auf sich selbst. Bei Zwillingen bist du sofort immer so. Ja. Fische, ja, sie sind sehr verträumt, sind das Träumerzeichen schlechthin. Träumen ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber leben sehr oft in der Traumwelt, auch als Kind haben sie so ihre eigene Welt. Ja. Sie sind sehr unsicher, sie brauchen auch eine starke Schulter. Also viele Fische, Frauen vor allen Dingen, brauchen da wirklich so diesen starken Mann. Deswegen passt eben auch hier, da kommen wir jetzt schon mal zu einem Sternzeichen, einen Steinbockmann passt da extrem gut. Die haben da wieder die Chefposition, Autorität, starke Schulter, etc. pp. Zu Fische passt am besten auch noch Krebs und Skorpion, das sind die emotionalen Verbindungen und natürlich auch der Stier, weil der Fisch liebt auch die Gemütlichkeit und das Zusammensein und so weiter. Und hier haben wir zum Beispiel auch einen Fall, wo ein Fisch nicht zum Fisch passt, weil emotional auf unterer Ebene starke Schulter, beide können sich keine starke Schulter geben. Deswegen hier zum Beispiel passt kein Fisch. Liebe Fische, sucht euch was Starkes, denn ihr braucht die Schulter zum Andehen. Jetzt wisst ihr, wer zu wem passt. Der Timo hat es uns gesagt. Und wenn es mal schief geht, dann wissen wir, wer schuld ist. Ich weiß. Du mit deinen Ratschlägen. Ich bin immer schuld. Und wenn Sie aber Ihr persönliches Horoskop haben möchten, wo man genau im Horoskop sehen kann, wer noch zu einem passt und wer vielleicht noch ein bisschen besser passt, weil das individuelle Horoskop ist natürlich, wie ich schon gesagt, individuell wie ein Fingerabdruck. Einfach über würzburgradio.de gehen, uns eine Mail schreiben, auch für die Sendung und Anregungen haben oder Sie gehen auf meine Homepage astrologie-wagenbach.de. Da können Sie private Beratungen buchen, auch den 13 Minuten Rundumblick. Das heißt, in 13 Minuten erzähle ich dir, was in den nächsten Monaten kommt. Man braucht keine Stunde, keine halbe Stunde. Innerhalb von 13 Minuten hat man das durch. Und wenn man es mal verpasst hat, man kann auch auf würzburgradio.de gehen. In unserer Mediathek sehen Sie alle Beiträge mit Timo Wagenbach. Würzburg Radio – Die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach Anregungen, die Sperte und Körer sind ein paar Mal. Wir werden mit Nivea zum Beispiel crabieren. Überruz, die Sperte und Körer sind ein paar Fragen. Bis dann zu 1.9 bis 3.9 bis 3.9 bis 3.9 bis 3.9 bis 4.9 bis 3.7 bis 3.8 bis 4.8 bis 4.8 bis 4.8 bis 4.8 bis 4.4. Vielen Dank.